Duke, 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 duke! Hüpfen, hüpfen, hüpfen! Hüpfen, jawohl! Das habe ich geklappt! Hüpfen! Nein! Scheiss! Ist egal, weiter. Du brauchst diese Scheisskatze, hoffentlich nicht mehr. Äh, hüpfen rechts! Uh! Noch mal hüpfen rechts! Gut, gut, hüpfen! Oh ja, ja, Pilze, sehr gut! Ah, stopp! Okay. Okay, ihr seht sehr intelligent, nicht? Äh, ja... Hallo zusammen, bei Besaga! Ah ja, stimmt, ihr müsst euch begrüssen! Wir machen, äh... Nimmt es noch auf? Er nimmt es noch auf, ja, es nimmt... Nee, es nimmt noch auf. Steht Aufnahme Stopp! Okay, ich bin Sammy. Ich bin Ben. Und wir spielen... Super Mario Maker 2 blind! Blind! Also er ist blind! Offensichtlich! Und ich gebe ihm durch, was er zu tun hat. Ich bin jetzt da auf... Moment, ich gucke... Oh, okay! Oh, die Zeit! Comics Transformation Kurs ist jetzt für mich mal das erste... Swapped your body... Ach so, das kenne ich schon! Das habe ich mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht! Ja, ja, wird schon! Das wird interessant! Du siehst ja nichts... Oh, das wird eine Herausforderung für dich! Haha, okay! Wir schauen mal! Okay, ich habe ja keine Ahnung... Ja, geh mal nach rechts... Und dann hüpfen und hoch! Hüpfen und hoch! Hüpfen und hoch! Also hüpfen? Nee! Hüpfen und hoch! Hüpfen! Ah, jetzt ist es funktioniert! Das klingt komisch! Was klingt komisch? Das Level! Das macht komische... Drück mal nach links! Ich sehe dich gar nicht! Drück mal nach rechts! Nichts! Ich sehe dich gar nicht! Das ist... Ha! Gibt... Ha! Ich sehe dich nicht! Wie soll ich dich navigieren, wenn du nicht auf dem Bild bist? Drück mal nach runter! Oben! X, Y, Z... Juhé! Einfach alles! Ich höre dich, aber wieso sehe ich dich nicht? Ah! Ich sehe dich wirklich nicht! Ja, ich weiss! Ich habe ja gesagt, ich habe das Level mal in einem... Ich habe das Level mal in einem YouTube-Video gesehen! Und da ist jetzt auf dem Bild irgendwo ein Maulwurf! Ja! Und ich bin jetzt quasi der Maulwurf! Ja, dann geh nach links! Ah, jetzt bewegt er sich dann nach rechts! Dann nach links! Ja! Ja! Dann nach links! Statt! Ah! Ah, nein, ist gut! Und jetzt kannst du... Rechts! Geh rechts! Geh rechts! Und jetzt nach oben! Geh rechts! Geh nach rechts! Das Ding nicht! Und jetzt hoch! Okay! Nach oben! Oder hüpfen! Gut! Okay, du bist weiter! Keine Ahnung! Jetzt bist du schon wieder dieser Scheiss! Ja! Dann geh nach links! Ich hoffe, das stimmt! Nach rechts! Ja, ist gut! Rechts! Gut! Rechts! Gut! Links! Stopp! Stopp! Hab ich gesagt! Du bist verzögert! Ja! Stopp! Und der läuft eine halbe Stunde später nach links! Rechts! Nein! Das Ding ist... So! Rechts! Rechts! Also links! 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 Okay! Stopp! Rechts! Rechts! Heiliger Sicht! Ja! Ja! Einfach rechts! Ja! 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 Einfach rechts! Ja! 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 Geh rechts. Links. Nein, geh mal rechts. Mal schauen, was passiert ist. Wurscht. Geh links. Geh links. Alter, kann ich gar nicht treffen. Malwurf ist links. Oh, jetzt rechts. Yay, du hast es geschafft. Ah, cool. Da ist ja das Ziel, das habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt, ich glaube, alle anderen Level wären jetzt recht einfach, weil der Maulwurf, der ist halt jetzt so verzögert auf deine Kommandos. Wenn ich jetzt Mario bin, dann ist es ja dann viel einfacher für dich. Ja, der läuft immer der Scheissmann. Ja, der macht dir so. Und wenn du oben in die Wand läufst und du zurückspringst, springt der auch so. Okay, Homecoming Hills. 1-1. Das klingt nach einem normalen Level. Genau. Kurz und knackig. Das ist wie ich. Ich bin auch kurz und knackig. Ach du Scheiss. Geh mal rechts. Stopp! Oh, der Stelz stoppt. Hüpf, 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 hüpf. Ja! Halluhu! Ähm, rechts ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ein bisschen links. Deine Halterung ist scheiße. Du hast eine zu große Nase. Nein, links. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. 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 Hüpf mal. Yay, die Münze. Aber nur wenn ich lachen muss, dann sticht meine Nase nachher vor und lockert das Ganze. Rechts. Stopp! Hüpfen. Rechts. Stopp! Hüpfen. Rechts. Ah, jetzt ist es so groß. Stopp! Hüpfen links. Nochmal. Äh, nein, ein bisschen rechts. Und jetzt nochmal hüpfen links. Genau. Hüpfen. Nee, links ein Schritt. Genau. Hüpfen. Nee, zwei Schritte links. Gut. Hüpfen. Du machst wirklich nochmal. Hüpfen, 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 hüpfen. Gut. Jetzt rechts und hüpfen. Also jetzt rechts loslaufen und dann hüpfen. Das sollte reichen. Ja. Hüpfen. Und ducken. Nein, ducken. Nicht. Äh, ein bisschen links. Ducken. Auch nicht. Links. Noch ein weiter. Links. Genau. Hüpfen und links. Cool. Stopp. Hüpfen und rechts. Stopp. Ducken. Ah, da ist eine riesen Blume, glaube ich, zum Draufhüpfen. Dann hüpf jetzt mal nach rechts. Was? Eine riesen Blume. So, da will ich nicht draufhüpfen. Äh, was? Wie viel? Jetzt, äh, lauf. Höfst du das? Du schüttelst die Baum. Ist das ein Baum? Okay. So ein gelber Baum. Kann ich da hoch? Ne. Äh, geh mal rechts und hüpfen. Ich habe einen Punkt. Wo ist denn der Baumstamm? Unten. Unten? Ja. Geh, sag rechts und hüpfe. Frage nicht doof. Mach einfach. Hüpf. Kannst du an der Wand abspringen? Ja. Dann hüpf, springst du an der Wand ab und nach rechts. Nach rechts? Also die Wand ist rechts, oder? Die Wand ist rechts, vor der Mausen. Dann muss ich ja, wenn ich von der Wand abspringen, muss ich nach links dann. Ne, du musst weiter gerade hoch. Mach jetzt einfach, ich weiß nicht, wie es da oben ausschaut. Was ist denn da für ein Baum? Ein Baumstamm kann man hochlettern. Ja. Ein Baumstamm, ein normaler Baumstamm. Oben ist wie eine Glocke. Eine gelbe Glocke. Ja. Da kann ich ja ran. Hä? Da kann ich ja ran. Ich kann den Baum hochklettern. Schon? Dann geh mal links. Rechts. Stopp. Links ein Schritt. Genau. Und jetzt klettere hoch. Ah. Ah, jetzt bist du gelb. Jetzt kann ich die Wand hoch. Jetzt bin ich eine Katze. Okay, dann klettere. Kann ich nach rechts hüpfen? Rechts hüpfen, ja. Ah, das ist der Trick. Das kann ich nach hinten. Duke, 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 duke. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Hüpfen, jawohl. Alles hat geklappt. Hüpfen, nein. Scheiße, ist egal. Weiter. Du brauchst die Scheisskatze hoffentlich nicht mehr. Hüpfen rechts. Oh, nochmal hüpfen rechts. Gut, gut. Oh, ja, ja. Pilz. Sehr gut. Ah, stopp. Jetzt gehst du rechts. Und jetzt schauen wir, wodurch es dich trinkt. Okay. Achtung. Nein, das ist gut. Die Zeit läuft ab. Ich mache irgendwas. Schießen, 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 schießen. Ja, schon zu spät. Nein, 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 links. Wenn ich dich sage, bleib einfach stehen. Die Zeit läuft ab. Bleib schön. Bleib schön. So, ich habe ein Problem. Ich habe eine dusichtige Röhre. Am Ende der Röhre ist deine Blume. Du kannst mal in die Röhre rein. Nein, auf die andere Seite. Ja, das funktioniert. Cool. Jetzt kannst du rechts. Und links. Dann musst du rechts hüpfen. Genau, rechts laufen. Dann stopp. Oh, oh. So, die Zeit ist abgelaufen. Ach so, okay. Ich habe gesagt, die Zeit ist abgelaufen. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es funktioniert. Rechts. Stopp. Hüpfen. Nochmal. Oh, okay. Das war ein braunes Ding. Ich hätte ihn hören können, wenn ich ein bisschen besser gehört habe. Nochmal rechts. Hüpfen. So, sch-sch-sch-sch-sch-sch. Okay, gut. Jetzt weiß ich, wann ich das sagen muss. Okay, nach rechts. Stopp. Noch ein bisschen rechts. Hüpfen. Ein bisschen nach rechts. Hüpfen. Genau. Jetzt rechts. Das ist ein Gumbau, oder? Ja. So. Und ein Schritt rechts und runter. Nein, noch ein bisschen rechts. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm, fall schon runter. Noch ein bisschen. Und runterdrücken. Hüpfen. Juhu. Hüpf. 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 Oh, hüpf doch mal. Hüpf doch mal. Oh, ja, ist egal. Hüpf. Da hat es alles. Wüsst du. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt kannst du rechts und hüpfeln. Und springen. Hüpfel. Hüpfel. Nein, ist egal. Hüpf. Hüpf. Hüpfel. Dann rechts, 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 rechts. Stopp. Ein bisschen links. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und hüpfel. Oh, schade. Mach mal hüpfen. Sehr gut. Dann zwei Schritte links. Hüpfen. Gut. Rechts. Ah, da kommt wieder der Sack. Arsch. Dann links. Stopp. Rechts. Stopp. Links. Stopp. Mach ein bisschen links. Hüpfen und schiessen. Gut. Hüpfen links. Und hüpfen rechts. Hüpfen rechts. Ein bisschen links. Hüpfen rechts. Hüpfen rechts. Okay, das war scheiße. Ich würde mir sehr gerne das Pet aus der Hände nehmen. Das ist übel. Okay. Links und hüpfen. Nochmal. Gut. Laufen sie. Jetzt hüpfen rechts. Jetzt rechts. Oh mein Gott. Ist der Mario bekloppt. Probier mal. Hüpf mal da. Nein, ein bisschen links. Und hüpfen. Ah, scheiße. Hüpfen und rechts ganz hoch. Ah, so geht es. Was ist da? Ah, eine Röhre. Ich sage mal rechts. Obwohl links eine Röhre ist. Ein Checkpoint. Hüpfen. Yes. Was? Hüpfen. Rein, Schritt, rettour. Rein, Schritt, rettour. Hüpfen. Hüpfen. Schiessen. Aber das ist eine Glocke. Dann hol die Glocke. Ja, einfach hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut. Okay, jetzt ein bisschen rechts. Hüpfen. Und links hüpfen. Sorry. Jetzt musst du rechts hüpfen. Jetzt. Geh mal links. Stopp. Mach einen Schritt. Hoch und rechts. Also hüpfen rechts. Hüpfen rechts. Jetzt bist du eine Katze. Okay, dann geh weiter rechts. Rechts. Die Zeit läuft ab rechts. Hüpfen. Rechts hüpfen. Rechts hüpfen. Jetzt hast du verloren. Aber es ist wurscht. Wir gehen ja mal weiter. Drück oben. Oben. Ja, scheisse. Ähm, rechts. Hüpfen rechts. Sorry. Weiter, 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 weiter. Springen, springen, springen. Oh, scheisse. Es kommt alles egal. Steht drauf. Lass dich runterfallen. Ich bin nur noch mal springen. Hüpfen rechts, hüpfen rechts, hüpfen rechts. Hüpfen. Nein, scheisse. Das ist ein Kacklevel. Ein normales Level. Also hüpfen. Links, links, hüpfen rechts. Hüpfen rechts, hüpfen rechts. Jawohl. Und rechts, rechts. Dann hüpfen rechts. Hüpfen rechts. Oh mein Gott. Hüpfen rechts. Ja, 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 weiter, gut, okay. Jetzt rechts. Und springen. Oh, springen. Stopp. Und dann hüpfen rechts, hüpfen rechts, hüpfen rechts. Jawohl, hüpfen rechts. Jawohl, gut. Stopp. Hüpfen, 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 hüpfen. Oh, scheisse. Ja, 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 weiter, rechts, rechts, ohne hüpfen, links, hüpfen. Nein, links, hüpfen. Mit den Gegnern ist es ziemlich schwierig, da habt ihr es überall Kupas. Und wenn es rausläuft. So, okay, hüpfen. Nach links, links, hüpfen rechts, hüpfen rechts. Da ist das, ein Kackschapper. Okay, hüpfen links. Stopp. Hüpfen rechts. Nein. Nach rechts. Hüpfen. Ich probiere. Okay, hüpfen, dann gehst du nach links. So, schnarchen, weiter links, weiter links, weiter links. Jetzt musst du auf die Klötze hinaufspringen, nach rechts. Hüpfen rechts. Ja, nein. Wie ist das so scheiße? Hüpfen, hüpfen. Jetzt links. Links, 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 stopp. Jetzt hüpfen rechts, nach rechts. Okay, stopp links. Noch mehr, hüpfen. Äh, ja. Hüpfen rechts. Nochmal. Oh, die scheiß braunen Dinge. Brauchst du die Katze? Ich heiße, ich bin die Katze. So, jetzt nach links. So, jetzt musst du auf die Blöcke. Noch ein bisschen links. So, jetzt nach rechts, auf die Blöcke. Hüpfen und rechts, genau. Dann rechts. Rechts, immer noch. Dann hüpfen und ganz wenig nach rechts. So, auf eine höhere, gut. Jetzt, äh, Hüpfen, rechts, jetzt. Hüpfen rechts. Nein, schon ist es doch gut. Huhu, hüpfen rechts. Ein weiter rechter Sprung. Rechts hüpfen. Rennen oder einfach nur rechts? Nein, nein, einfach nur hüpfen und über die Röhre halt. So. Jetzt läuft es so weiter. Ja, laufen ist gut. Stopp. Und jetzt, hüpfen. Cool, das ist ein Auto. Stopp. Oh, okay. Oh, oh. Hüpfen. Okay, stopp. Oh, das ist kaputt geworden. Hüpfen. Oh. Kannst du gegenüber den Haufen fahren? Ja, hüpfen. Jetzt ist es schon viel. Hüpfen. Hilfe. Hüpfen. Hüpfen. Und es funktioniert. Hüpfen. Ja. Juhu. Er hat es geschafft. Da war es mal. Wo kam denn jetzt plötzlich das Auto her? Ja, da war ein Kuma mit dem Auto. Die hat mir über den Haufen gefahren. Und hinten kamen so viele Feinde. Du musst hüpfen und dann auf den Feind. Ja, wieso? Und der Schluss war so nah irgendwie. Vorhin bin ich da gelaufen und gehüpft und gemacht. Und jetzt kam der Schluss so schnell. Ja, weil du gefahren bist, kannst du alles über den Haufen fahren. Das muss ich gleich anschauen. Das Level ist viel verwinkelter, als ich gedacht habe. Egal, was da kommt. Oh, geil. Oh, geil. Oh, da durchgehend. Oh. Nein. Komm her, du. Ich will nicht. Können Sie noch dringen? War ich mal zu Fuss auf den Förderbändern? Ja. Okay, krass. Da war es so mal. Dann hat das dich abgelaufen. Ja. Ich habe es mit dem Auto auch nicht gewusst. Es war ein Zufall, dass er das erwischt hat. Ja. Aber merkt ihr den Unterschied? Ich bin ganz cool. Ich war komplett gestresst. Ich höre da was. Ich höre da was. Links. Du tust es. Klick, klick. Links. Klick, klick. Links. Klick, klick. Links. Links. Immer noch links. Und dann hüpfen rechts. Und ich beim Spiel auch so, okay, ich mache einfach das, was er sagt. Das ist eben der Vorteil. Ich habe keine Ahnung vom Spiel. Und dann mache mir Geräusche nichts. Wenn ich ein Kuba oder so in der Nähe höre. Das ist nicht gut. Und ich habe mit dem Timing gehabt, sind die braunen die Kuba? Nein, die mit Pilze. Die Pilze sind die Gummis. Die braunen Pilze? Ja. Und das sind dann die... Schildkröten sind die Kupas. Und die braunen sind die Kumpas. Mein Gott, haben die... Kein Wunder verwechselst du immer. Aber die werden wütend und sind auf dich zugekommen und nur so hüpfen. Ich bin so, scheiß Timing. So, jetzt mit dem Sound war ich komplett gestresst. Dann kommt mal, sag, was soll ich tun? Okay, dann, wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Genau. Tschüss. 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 Ich muss mal bis zum Monger. Bis zum nächsten Mal.